Ist euch schon mal aufgefallen, dass ältere Menschen täglich Aspirin zu sich nehmen? Oder euch ist das noch nicht aufgefallen und ihr fragt euch jetzt, warum sollten die täglich Aspirin nehmen? Dann bleibt dran, denn ich finde das ist ein super spannendes Thema. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Paul, das ist der medizinische Bildungskanal, den ich betreibe. Wir sind heute wieder beim Thema Pharmakologie und ich wollte euch gerne mal das Thema Acetylsalicylsäure ein bisschen näher bringen. Ist ein Medikament, was man häufig bei coronarer Herzkrankheit einsetzt oder bei Zustand nach Myokardinfarkt. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, hat er nicht gerade irgendwas von Aspirin erzählt? Was hat denn Aspirin jetzt mit einer coronaren Herzkrankheit zu tun? Das möchte ich euch gerne erklären, aber dazu müssen wir jetzt wirklich mal ein bisschen weiter ausholen und müssen uns in das Gebiet der Schmerzmittel begeben. Schmerzmittel und coronare Herzkrankheit, wie kommt das jetzt zusammen? Hat Paul jetzt irgendwie ein bisschen wenig Sauerstoff im Gehirn? Nein, das hat tatsächlich miteinander zu tun und dazu müssen wir uns mal die nichtsteroidalen Antirheumatika angucken. Relativ langes Wort, abgekürzt wird es meistens mit NSAR. Im Gegensatz dazu gibt es noch die Glucocorticoide. Ihr kennt das vielleicht unter dem Begriff Cortison, also so ein Medikament, was Entzündungsreaktionen im Körper senken soll. Und das wirkt aber auf ganz vielen Ebenen. Die nichtsteroidalen Antirheumatika, die wirken jetzt hauptsächlich an der Arachidonsäure. Da ist also der Unterschied begründet und da kommt auch der Name her. Es ist kein Steroid, also nichtsteroidale Antirheumatika, die wirken gezielter auf Entzündungsprozesse und nicht so wie das Cortison, dass das ganze Immunsystem so ein Stück weit runterfährt, weil es auf ganz, ganz vielen Ebenen eingreift. Die nichtsteroidalen Antirheumatika, die wir uns jetzt angucken wollen, also das wäre zum Beispiel das Ibuprofen als bekannten Vertreter mal hier an der Stelle zu nennen, die hemmen jetzt die Zyklooxygenase. Und die Zyklooxygenase ist ein Enzym, was die Arachidonsäure in verschiedene Substanzen überführt, die wir uns jetzt genauer angucken wollen. Das ist einmal das Thromboxan, das Prostacyklin und das Prostaglandin. Die Arachidonsäure wird auch noch mit Hilfe der Lieboxygenase in Leukotriene umgewandelt. Die merken wir uns mal für später, die werden noch mal wichtig. Jetzt gucken wir uns aber erstmal die Zyklooxygenase an. Wir haben das Thromboxan. Das Thromboxan, das ist das, was dafür sorgt, dass Thrombozyten sich zusammenlagern können und dass sich Gefäße verengen. Wo kommt das jetzt vor? Wie der Name schon sagt, das kommt meistens in Thrombozyten vor. Die schütten das aus, wenn irgendwo ein Entzündungsprozess ist oder wir uns verletzt haben, damit sich die Thrombozyten, also die Blutplättchen, zusammenlagern können und diesen Defekt wieder verheilen und wieder verschließen können. Das Prostacyklin macht genau das Gegenteil im Endeffekt. Also es erweitert die Gefäße und es sorgt dafür, dass sich Thrombozyten wieder voneinander lösen können oder sich gar nicht erst aneinander lagern können. Die dritte Substanz, die von großer Relevanz ist, sind die Prostaglandine. Die Prostaglandine sind das, wenn ihr irgendwo eine Entzündung habt, was das rot werden lässt, was das anschwillen lässt, was das auch warm werden lässt, diesen Bereich und was Schmerzen verursacht. Wenn wir versuchen, die Zyklooxygenase jetzt zu hemmen, würden wir natürlich auch die Prostaglandin-Bildung hemmen und das heißt, wir haben einen anti-entzündlichen Effekt, also das, was wir bei Schmerzmitteln häufig versuchen zu nutzen, dass wir das reduzieren, weniger Prostaglandine entstehen und wir dementsprechend weniger Schmerzen haben. Was hat das jetzt mit ASS und Aspirin zu tun? Also hier an der Stelle mal gesagt, ASS ist der Wirkstoff Acetylsalicylsäure und das Aspirin, das ist einfach der Handelsname, den sich Bayer dafür hat einfallen lassen, als die das Medikament entwickelt haben. Also das ist genau das Gleiche, nur sind das zwei verschiedene Namen. Was hat das jetzt aber mit unserer Zyklooxygenase zu tun und mit unseren Schmerzmitteln? Ganz einfach, das ASS ist vom Prinzip her ein nicht-steroidales Antirheumatikum. Warum ich das jetzt aber bei koronare Herzkrankheit einsetze, dazu kommen wir jetzt. Als das ASS und das Ibuprofen entdeckt wurde, hat man sich erstmal gefreut, wir haben ein potentes Schmerzmittel gehabt, aber wir haben auch relativ schnell festgestellt, das Ganze hat Nebenwirkungen. Man hat jetzt zum Beispiel beobachtet, dass wenn ich Ibuprofen oder ASS über einen langen Zeitraum nehme, dass die Patienten Magengeschwüre entwickeln. Warum entwickeln die jetzt Magengeschwüre? Naja, das Prostaglandin ist auch an der Schleimproduktion im Magen beteiligt, also dieser Schutzschicht, die wir brauchen, damit der Magen nicht angegriffen wird. Und auf der anderen Seite senkt es auch die Magensäureproduktion. Wenn ich jetzt da eingreife, dann habe ich natürlich mehr Magensäure und weniger Schleimhautschutz. Deswegen ist das unter Umständen gefährlich, wenn man das über einen langen Zeitraum nimmt. Jetzt war man natürlich ein bisschen enttäuscht, dass man ein tolles Schmerzmittel hatte, aber man hat gesehen, die Nebenwirkungen sind jetzt nicht so ganz unbedenklich, so ganz ausgereift ist das am Ende doch noch nicht. Und dann hat man weiter geguckt und festgestellt, es gibt nicht nur eine Zyklooxygenase, sondern zwei. Die haben jetzt unterschiedliche Aufgaben im Körper und sind auch an unterschiedlichen Orten in unserem Körper vorrangig anzutreffen. Also diese Beeinflussung des Magens, das wäre jetzt der COX-1 zuzuschreiben. Ein anderer Effekt, den die Zyklooxygenase 1 bewirkt, wäre so eine Steigerung der Nierendurchblutung. Wenn ich jetzt aber Ibuprofen nehme, dann kann es unter Umständen sein, dass die Niere schlechter durchblutet wird und wenn ich eh schon eine Niereninsuffizienz habe, dann ist das nicht gerade von Vorteil. Man hat auch festgestellt, dass die Zyklooxygenase 1 die Gefäße verengt und die Thrombozyten dazu anregt, sich zusammenzulagern. Und das ist der entscheidende Moment, wo man gemerkt hat, ah, ich kann das ASS eventuell nutzen, um Gefäßverschlüsse im arteriellen Gefäß zu verhindern, weil es ja diese Vasokonstriktion damit hemmt, also das Gefäß ein Stück weit offen bleibt und andererseits die Thrombozyten sich schlechter anlagern können und so auch gar kein Thrombus entstehen kann. Und das ASS ist jetzt ein Vertreter, was primär die COX-1 beeinflusst. Warum das jetzt im Einzelnen so ist, das hat damit zu tun, dass die chemischen Strukturen manchmal besser und manchmal schlechter zusammenpassen. Es gibt dann manchmal Winkel in der chemischen Struktur, da kommt die eine Substanz nicht gut ran, die andere hingegen wieder sehr gut, aber bei dem anderen kommt sie nicht gut ran. So müsst ihr euch das vorstellen, dass das selektiv auf diese COX-1 wirkt. Es wird immer die Zyklooxygenase 2 mit beeinflusst, das ist jetzt nie so selektiv, dass nur eins beeinflusst wird, aber wir haben immer eins mehr oder eins weniger als das andere, je nachdem wie gut die chemische Struktur zusammenpasst. Bei dem Ibuprofen wäre es zum Beispiel jetzt eher die COX-2, die beeinflusst wird. Was macht jetzt die COX-2? Die COX-2, die kommt nicht in allen Körperzellen vor, die wird vor allem ausgeschüttet, wenn eine Entzündungsreaktion an einer Stelle ist. Also die ist zum Beispiel in den Thrombozyten vorhanden und wird dann ausgeschüttet, wenn sie gebraucht wird. Die ist jetzt nicht ganz so verbreitet im Körper wie die COX-1. Die Zyklooxygenase 2 ist jetzt das, was ihr bei jeder Verletzung, bei jedem Mückenstich beobachten könnt. Also die Stelle rötet sich, das heißt die Gefäße erweitern sich an der Stelle, damit der Körper einfach die Möglichkeit hat, Entzündungsmediatoren, Leukozyten möglichst schnell an Ort und Stelle zu bringen. Dafür wird das einfach besser durchblutet. Und wenn was gut durchblutet ist, dann wird es rot. Es schwillt an und es verursacht auch Schmerzen. Deswegen wurden die Schmerzmittel entwickelt, die das hemmen sollen, damit wir diese Schmerzentwicklung nicht so haben. Also wir halten fest, bei der COX-2 haben wir jetzt so eine Vasodilatation, also eher eine Gefäßerweiterung. Wir haben eine Entwicklung von Fieber, also es kann auch diese Fieberentwicklung im zentralen Nervensystem beeinflussen. Und wir haben eine Thrombozytenaggregationshemmung, also ein Stück weit auch so ein Gegenspieler zu der COX-1. Jetzt hat man sich natürlich gedacht, das ist ja fantastisch, wenn ich jetzt nur die COX-2 hemme, dann könnte ich ja eigentlich auch viel gezielter Schmerzreaktionen bekämpfen und weniger diese Nebenwirkungen einkaufen, die ich mit der COX-2 erwirke. Das hat man auch gemacht, man hat die COX-2 entwickelt. Ein Vertreter wäre zum Beispiel das Paracoxib, das ist noch zugelassen. Ich sage, das ist noch zugelassen. Man hat sich da viel erhofft davon, dass diese Medikamente weniger Nebenwirkungen haben. Man hat dann aber leider in Studien festgestellt, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den Patienten zugenommen haben. Also man hat beobachtet, dass die Patienten vermehrt Herz-Kreislauf-Reaktionen hatten, wie eine koronare Herzkrankheit, eine Verschlechterung der Agina pectoris oder sogar ein Herzinfarkt. Deswegen wurden zum Teil Medikamente sogar wieder vom Markt genommen, weil einfach das Nebenwirkungsprofil zu ungünstig für das Herz und die Gefäße war. Es gibt immer noch Vertreter, das Paracoxib, wie ich schon nannte, das wird hin und wieder auch bei rheumatischen Erkrankungen eingesetzt, in dem Fall, wo das Ibuprofen oder ähnliche Substanzen nicht so richtig wirken, dann kann man das mal probieren. Es ist ja deswegen nicht grundsätzlich schlecht. Wenn wir das so ein bisschen verstanden haben, dann werden wir auch verstehen, warum Aspirin weniger als Schmerzmittel mittlerweile eingesetzt wird, sondern eher um die Thrombozytenaggregation zu hemmen, also das Anlagern von Thrombozyten. Und das ist auch der Haupteinsatzort von ASS geworden. Es wurde eigentlich als Schmerzmittel entwickelt. Ihr kennt das sicherlich auch bei Kopfschmerzen, da gibt es ja Aspirin-Komplex und was es da nicht alles gibt. Die Frage stellt sich aber, ist das das richtige Medikament, um Schmerzen zu beeinflussen, wenn ich die Nebenwirkungen sehe? Also ich kann ein Magengeschwür entwickeln, ich habe Probleme bei der Nierendurchblutung und ich verdünne mein Blut insofern, also wenn ich jetzt zum Zahnarzt muss und der muss mir einen Zahn ziehen, dann ist es sehr ungünstig, wenn ihr am Vortag eine größere Menge Aspirin zu euch genommen habt. Bei dem Ibuprofen haben wir das auch, es können sich genauso Magengeschwüre entwickeln, die Nierendurchblutung wird auch herabgesetzt, aber wir haben das nicht so gezielt wie beim ASS. Da ist so ein bisschen eine Balance zwischen COX-1 und COX-2 und es hat sich herausgestellt, dass das so das Medikament ist, was mit am meisten Sinn macht, wo die Nebenwirkungen sich so ein bisschen vage halten. Trotzdem werden häufig, wenn Ibuprofen lange gegeben wird, sogenannte Säureproduktionshemmer oder Protonenpumpen-Inhibitoren, wie man die auch nennt, gegeben, damit die Magensäureproduktion nicht so stark angekurbelt wird und das Magengeschwür ein Stück weit vorgebeugt wird. Also die haben schon trotzdem Nebenwirkungen, man kriegt das auch nicht so richtig gelöst. Es wird sicherlich weiter geforscht. Vielleicht findet sich da in Zukunft eine Lösung, aber momentan sind wir eben noch ein bisschen auf diese Medikamente angewiesen. Weitere Vertreter, die zu nennen werden, ist noch Naproxen. Das wird häufig in den USA verschrieben, statt Ibuprofen. Das unterscheidet sich aber nur in der Elimination, also wie lange das wirkt. Sonst ist das vom Prinzip her ähnlich. Es gibt noch das Diclofenac, also das Voltaren, was ihr vielleicht kennt. Das kann man auch als Tablette nehmen, man kann es sich aber auch auf die Gelenke schmieren, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich hilft. Aber da sei jetzt dahingestellt, das Diclofenac ist sehr potent in der Schmerzreduktion, aber man hat auch festgestellt, dass die Nebenwirkungen dementsprechend dann schon wieder ein bisschen vermehrt auftreten, im Gegensatz zu dem Ibuprofen. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit nur an den Prostaglandin aufgehalten. Das gilt natürlich auch für das Thromboxan und das Prostazyklin. Und das ist das Interessante beim ASS. Das wirkt auf das Thromboxan noch zusätzlich und die Thrombozyten können sich noch weniger aneinander lagern, aber auch auf das Prostazyklin. Das Prostazyklin hat aber den Vorteil, das ist im Endothel, also der Auskleidung der Gefäße vor allem vorhanden, und das kann schnell nachgebildet werden. Die Thrombozyten können das Thromboxan jetzt nicht einfach nachbilden, dazu sind sie nicht mehr in der Lage. Und das ist auch der Grund, warum man sagt, diese Thrombozytenaggregationshemmung hält ungefähr 10 Tage, weil das die Dauer ist, dass die Thrombozyten sich regenerieren. Wenn ich neue Thrombozyten habe, dann haben die wieder Thromboxan, dann können die sich wieder gut aneinander lagern. Wenn ich aber das ASS wiedergebe, dann blockiere ich das, die können das nicht nachbilden und wir müssen wieder warten, bis neue Thrombozyten kommen. Das Prostazyklin wird aber schnell nachgebildet und somit habe ich diesen Effekt, dass die sich nicht aneinander lagern können, dass die Gefäße ein Stück weit offen bleiben und das Thromboxan habe ich immer gut gehemmt. Deswegen gibt man täglich diese 100 Milligramm ASS, wenn man eine koronare Herzkrankheit hat oder sogar schon einen Myokardinfarkt erlitten hat. Zum Schluss möchte ich nochmal auf die am Anfang angesprochenen Leukotriene zurückkommen. Die werden ja jetzt nicht durch die Zyklooxygenase, sondern durch die Lieboxygenase synthetisiert. Wenn ich jetzt aber die Cox hemmen, dann wird die Arachidonsäure ganz einfach mehr über die Lieboxygenase das Leukotriene synthetisieren und die Leukotriene sind so beteiligt an diesen allergischen Reaktionen. Deswegen spricht man auch manchmal von einem Analgetika, Analgetika sind ja Schmerzmittel, Analgetika Asthma, weil es sein kann, dass Asthmatiker das Ibuprofen nicht gut vertragen, weil plötzlich mehr Leukotriene im Körper vorhanden sind und dadurch so eine Asthma-Reaktion unter Umständen provoziert werden kann. Das wollte ich nur mit erwähnt haben. Das hat jetzt mit der Zyklooxygenase nichts zu tun, aber damit ihr auch versteht, warum ich das am Anfang erwähnt habe. Das war jetzt ein etwas längeres Video, aber es war mir sehr wichtig, dass ich das gleich in einem Rutsch mache, damit ihr das Thema gut verstehen könnt, damit ihr auch mal ein bisschen Einblick bekommt, wie wurden Medikamente entwickelt, was hat man sich dabei gedacht, warum mussten unter Umständen Medikamente auch wieder vom Markt genommen werden. Es ist also in der Praxis alles nicht so einfach, wie das in der Theorie manchmal wirkt, dass man einfach sagt, naja, dann greife ich in den Stoffwechselweg ein und dann ist das ja alles prima. Nee, das funktioniert leider nicht so oft. Die Evolution hat Millionen Jahre an uns gebastelt. Es wäre auch irgendwie albern, wenn die sich da ständig vertan hätte und wir jetzt mit unseren Medikamenten daherkommen und sagen, ja Mensch, Herr Talermist, den du da produziert hast. Das muss man einfach so ein Stück weit verstehen, dass die Medizin wirklich sehr, sehr komplex ist und man selten vorhersagen kann, was am Ende des Tages eigentlich rauskommt, wenn ich dies und das Medikament gebe. Wir müssen das nur im Blick behalten und wissen, was kommt auf uns zu, wenn ich ein Medikament nehme oder wenn ich eins absetze. Das ist sehr wichtig, dass man da so ein bisschen den Fokus drauf hat. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. In der nächsten Folge will ich nochmal ein wichtiges Medikament in der Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankung aufgreifen und zwar die Statine. Also wie kann ich dafür sorgen, dass Cholesterin-Werte niedriger werden? Dafür gibt es die Statine und die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Macht's gut und habt noch einen schönen Tag!